Nein! Oh, I just can't move! I just can't move! Okay, Leute, ich konzentrier mich jetzt wieder. Der taucht mir richtig krass. Sagen wir auf der Spitze, die Fischung. Nein. Ich will auch ein großes Ende, ist meine größte Verlust! Ganz wenigstens kurze Reichweite. Der hält aber verdammt viel aus. Mein glorreiches Ende ist meine größte Verlust! Wird er mich verarschen? Was ist das denn? Okay, jetzt ist seine Reichweite natürlich stark vergrößert. Krank! Oh, Mann, geil! Richtig geil! Richtig geil, taugt mir! Alter Schwede! Grüßt meine, grüßt es! Nee! Nein! Ja! Schmeiß! Ja! Ja, ja! Wer ist denn der? Einmal uns! Dann packt man den Packen auf meine. Also, ich hier einfach ausweichen. Also, ganz easy. und warten bis er halt relativ kurze reichweiter nicht so krass herumhauen wenn er so einen großen objekt genommen hat dann weiß er dass er nichts mehr schmeißt dass er jetzt gleich runter runter kommt okay dann habe ich jetzt nicht gesehen schlag kommt nicht kommen sehen ich darf jetzt kein fehler machen immer schön viel dessen ja auch fällt auf er 1 ist das wirklich der schlüssel komm 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 yes wir haben ihn zum nächsten Mal